Hier präsentieren wir die 5 besten Mikrowellen Test. Lasst uns mit der Liste beginnen. Beginn unsere Liste unter Nummer 5. Die Boman MWG 2216 Einbaumikrowelle ist ein Gerät, welches über die Zusatzfunktion Grill und Heißluft verfügt. Punkt, diese Gerät kann nicht nur dein Essen garen und auftauchen, sondern es auch backen oder grillen. Mit wenig Aufwand erhält du innerhalb weniger Minuten dein gewünschtes Essen. Der Drehtäle hat einen Durchmesser von 31,5 cm. Dieser reflektiert die Mikrowellenstrahlung und sorgt dafür, dass dein Essen gleichmäßig gart. Insgesamt verfügt diese Mikrowelle über eine Leistung von 900 Watt. Trotz Zusatzfunktionen wiegt die Mikrowelle nur 21 kg. Bei Nummer 4. Der Drehtäle hat einen Durchmesser von 27 cm. Dieser reflektiert die Mikrowellenstrahlung und sorgt dafür, dass dein Essen gleichmäßig gart. Insgesamt verfügt diese Mikrowelle über eine Leistung von 800 Watt. Die Heißluftfunktion und auch die Grilleinrichtung haben eine Leistung von 1200 Watt. Durch die Leistungsstufen kannst du schnell und einfach dein Essen frei nach deinen Wüschen zubereiten. Durch die mechanische Steuerung, dem Auftauprogramm, der Heißluftfunktion und dem integrierten Grill hast du durch die unterschiedlichsten Funktionen eine Vielfalt an Möglichkeiten dein gewünschtes Essen zuzubereiten. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Die Hälfte unserer Liste auf Platz 3. Außerdem überzeugt diese Mikrowelle durch ihre großen Masse. Sie eignet sich dadurch gut für die Zubereitung von größeren Portionen. Kochst du gerne für viele Leute oder verpflegst deine Familie? Dann empfehlen wir dir diesen Gerät, wenn du an grundständigen Funktionen wie Garen oder Erwärmen interessiert bist. Durch ihre Memory-Funktion bist du nur ein Klick von deinem dampfenden Essen entfernt, denn die Mikrowelle kann gewünschte Funktionen wie die Länge des Programms etc. speichern. Zudem kannst du deinem Essen durch das Sichtfenster beim Garen zuschauen. Kurz vor unsere Liste auf Platz 2. Die Sehwellen MW 7849 Mikrowelle ist ein Mikrowellenherd mit zusätzlicher Grill-Funktion, welche deine gewünschtes Gericht in kurzer Zeit gart, auftaut oder grillt. Mit wenig Aufwand erhält sie innerhalb weniger Minuten ein dampfendes Essen. Der Drehtäller hat einen Durchmesser von 27 cm. Dieser reflektiert die Mikrowellenstrahlung und sorgt dafür, dass dein Essen gleichmäßig gart. Insgesamt verfügt diese Mikrowelle über eine Leistung von 900 Watt. Der integrierte Grill besitzt eine Leistung von ca. 1000 Watt. Sie besitzt 5 Leistungsstufen und 7 Automatikprogramme. Und kommen in eins unserer Liste. Die Sehwellen MW 9675 Mikrowelle ist eine Kombi-Mikrowelle, welche deine gewünschtes Gericht in kurzer Zeit gart, auftaut, backt oder grillt. Mit wenig Aufwand erhält sie innerhalb weniger Minuten ein dampfendes Essen. Der Drehtäller hat einen Durchmesser von 27 cm. Dieser reflektiert die Mikrowellenstrahlung und sorgt dafür, dass dein Essen gleichmäßig gart. Insgesamt verfügt diese Mikrowelle über eine Leistung von 800 Watt. Die Heißluftfunktion und auch die Grilleinrichtung haben eine Leistung von 1200 Watt. Ebenso kannst du den Ofen auf 190 C vorheizen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke, dass Sie unser Video. Für mehr Aktualisierung, abonniere unseren Kanal.